Was geht ab? Herzlich Willkommen bei Stockinger Fahrzeugtechnik. Ich steige den Drücken, weil das kann ich nicht machen. Einen wunderschönen guten Morgen, werte Schrauberfreunde. Es ist Samstagvormittag, heute ist ein spannender Tag, denn wir holen eine neue Errungenschaft ab. Ich habe wieder eingekauft und das ist ein schönes Teil, das holen wir heute ab und dann nehme ich euch mit. Wie Spaß beim Video. So, jetzt nochmal kurz in der Werkstatt, bevor wir losgehen und das gute Stück holen. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen, aber irgendwie bin ich trotzdem ein bisschen fit. Was machen wir hier? Hier haben wir eine B-Klasse auf der Bühne und dann machen wir noch das Radlager. Das baue ich jetzt noch aus. Jetzt habe ich mitten vor der Halle geparkt, habe vergessen, dass noch ein Auto drunter steht. Wieder zwei Autos umparken. Na ja, was haben wir jetzt schon wieder? Halb neun. Da komme ich wahrscheinlich eh nicht mehr zu. Müssen wir doch direkt weiter. Ihr kennt das, was ich schon abhole. Ihr habt es schon mal gesehen in den Videos. Safe. Es gibt sogar ein Video, wo ich dran schraube. Aber jetzt ist das meins. Es wird gefilmt dahinter, die Abholung. Kann ich dir die Krawatte anziehen? Wie geht's dir? Alles gut? Ja, du bist auch ein bisschen müde, sonst geht's. Ja, Nachtschicht halt, ne? Ja. Gehst du noch mal das Wetter, oder? Ja. Letztens mal gehen jetzt. Natürlich. Es ist not a game, it's a race team. Wie hat das auch sehr alt war. Zehnen wir am Mitten. Ich bin zum 80er. Es wird alles dick. Das ist gegen einen Kollegen, der hat mir am anderen Malen gesagt. Ich bin wirklich auf dem Sprung. Abzeit nicht, aber es wird zehn. Bip, 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 bip. Smooth, ne? So, da hinten steht das gute Stück, ich denke der ein oder andere wird es kennen, jetzt ist es aber in meinem Besitz gewandert und ich freue mich schon auf den nächsten Sommer. Ich lasse das erstmal noch im Auto drin, wir laden das nachher ab, weil ich muss die B-Klasse jetzt fertig machen mit dem Radlager und dann kommt noch ein Kunde und holt sein Auto ab, das fertig ist und das mache ich jetzt alles davor und ein Espresso hole ich mir auch noch, aber das passt ja dann zur Vespa wieder. So, jetzt komme ich hier auch mal wieder zum Filmen, ein langer Tag, obwohl wir erst, ja wir haben erst vier, aber trotzdem ist es schon gefühlt ein sehr langer Tag, weil ich sehr wenig geschlafen habe und es ist endlich mal wieder ein Samstag, wo ich auch ein bisschen aufräumen konnte, ich habe die Werkstatt gefegt, Kunden haben gerade die Fahrzeuge noch abgeholt, das heißt der Hof ist auch mal etwas leerer, Frank war da, hat das Auto abgeholt, grüß dich Frank und ich habe noch eine neue Errungenschaft, ihr habt es schon gesehen, jetzt beim Intro beziehungsweise beim Aufladen, habt ihr es ja gesehen, jetzt sitze ich gerade drauf und es handelt sich natürlich hier um diese schöne Vespa, 50 R heißt das Modell, müsste 70er Baujahr sein, die habe ich jetzt gekauft und erst mal wird hier dran nichts gemacht, weil die wurde schon mal restauriert, aber nicht sehr gut, also anscheinend ist es ein Vespa Spezialist, der kennt sich sicherlich besser aus als ich, gerade das Vergasern so alles angeht, ich muss mich da halt mal reinfuchsen, noch mal richtig, ist schon eine Weile her, dass ich so Dinge gemacht habe, aber woran erkenne ich das nicht so gut gemacht ist, schaut mal hier, da kommt schon wieder der Rost durch, also da wurde nicht sauber versiegelt von innen, schätze ich mal, also es blüht von innen nach außen durch und das werde ich aber noch in Angriff nehmen, aber jetzt erstmal vor der nächsten Saison nicht. Wo kommt die gute hin? Wir werden mal an einem richtig coolen Platz verstauen hier in der Werkstatt, also es dient quasi der Deko, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich halt so coole Sachen, also ich finde es cool, könnt ihr mal schreiben, wie ihr es so findet, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich so coole Sachen hier rumstehen habe, dass wenn dann die Kunden kommen oder Kollegen und Freunde, da sitzen sie sich drauf, probieren das aus, habe ich kein Problem mit, kann ich halt auch alles nachvollziehen, aber ich habe zum Beispiel auch teilweise eben Kollegen schon mit Kids, die kommen dann vorbei und dann wollen die immer in den Pepino rein, habe ich auch immer erlaubt am Anfang, aber jetzt lasse ich ihnen lieber abgeschlossen, weil die verstellen dann alles, machen die Fenster runter, das Dach auf und dann gehen sie wieder und dann steht das Ding da und ich habe im Endeffekt halt wieder ein bisschen Arbeit, das muss nicht sein und das Gleiche würde auch bei der Vespa passieren, deswegen kommen die an einem Ort, wo die nicht hinkommen, aber wo sie das sieht, und zwar hier hoch. Da neben dem M&M Männchen wird sie platziert, denke ich macht Eindruck, cooles Deko Stück und jeder kann es, oh, gegen das Licht, schlecht, jeder kann es betrachten, aber keiner kann es anfassen so und ich denke, das macht auch Sinn. Ja, jetzt habe ich gerade die E-Klasse hier noch auf die Bühne gestellt, zum einen, damit ich mehr Autos reinkriege, aber zum anderen, die geht nächste Woche gehen wir da dran, Turbo und Partikelfilter sind mal die Stichworte, ob es mehr wird oder nicht, werden wir sehen, ist aktuell noch nicht bekannt. Dann habe ich noch heute was abgeholt, heute und zwar endlich mal gibt es für die Couch-Ecke einen richtigen Tisch. Ich hatte ja immer nur die Reifen, die auch richtig cool sind, aber die hat man ja gar nicht gesehen, ich hatte nur zwei Reifen und eine Holzplatte drauf. Hat gepasst für den Anfang, aber ich dachte, ein Tisch wäre richtig cool und dann habe ich einem Kollegen etwas vorbeigebracht und der hat noch so alte Möbel rumliegen gehabt und da habe ich das gesehen und dachte, so ein fließender Tisch, ganz stylisch, wird eigentlich passend zur Couch-Ecke und jetzt brauche ich euch, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so das Gesamtbild findet, ob der Tisch hier reinpasst oder nicht. Ich finde, der passt bombe und jetzt haben wir mal da einen zauberen Tisch, einen gescheiten. Hier, die Felgen habe ich noch da gelassen, weil ich die eigentlich auch richtig geil finde. Die waren auch mal online zum Verkauf, aber hat keiner gewollt, wahrscheinlich halt, der Preis war vielleicht zu teuer, aber es war der angemessene Preis, weil da auch noch gute Reifen drauf sind und auch keine billigen. Was haben wir denn drauf? Normal müsst ihr es vom Profil erkennen. Gute Contis, Sportkontakt sind da drauf und das Witzige ist, die passen vermutlich, ich dachte eigentlich, die passen auf den T3, hat nicht geklappt, aber sie passen auf ein anderes Projekt und das probieren wir auch mal noch in den kommenden Videos aus. Aber jetzt erstmal noch nicht und eigentlich auch so ganz cool, wenn sie da nur rumstehen. Joa, also, wisst ihr schon mal, nächsten Sommer gibt es Vespa-Videos. Ich will mich da ein bisschen mehr reinfuchsen, wir haben ja auch gerade eine rote Vespa gemacht, haben die Kupplung da erneuert und die läuft aber jetzt nicht so sauber und ich denke, das ist eine Einstellungssache vom Vergaser. Und da will ich mich noch mehr reinfuchsen, einfach damit ich einmal blicke und dann werden wir das auch in Zukunft anbieten und auch häufiger machen, da kennen wir uns auch aus. Die Vespa, die rote war jetzt lange hier. Das Problem ist immer, wir verstehen die Technik schon, die ist ja einfach eigentlich bei so alten Dingern, aber wenn man das nicht täglich macht, dann muss man auch immer nachdenken, googeln, gucken, lesen, das Horizont und das Wissen erweitern und Erfahrung sammeln vor allem. Und aktuell sind halt nur noch Fahrzeuge da und Roller und Vespas eigentlich so gut wie gar nicht und wenn eine kommt, dann dauert es halt ein bisschen. War aber auch ohne Termin, unabgesprochen, hat halt ein Problem gehabt, dann wurde es halt vor das Tor gestellt und aktuell kann ich eigentlich gar keine weiteren Aufträge annehmen, beziehungsweise doch, kann ich schon, je nach Auftrag halt. Also so Reifenwechsel und so Zeug geht immer, nur so größere Sachen sind wir eigentlich schon wieder gut voll für dieses Jahr, nächstes Jahr noch nicht ganz, aber bis zum Urlaub, denn bald ist Urlaub geplant. Wobei wir jetzt schon wieder bei einem anderen Thema sind, mit Großprojekten, beziehungsweise größeren Reparaturen. Es war jemand hier und für diesen Part setze ich mich mal auf die Couch. Bis gleich. So, setzen wir uns mal ganz lässig in die Couch rein. Es war jemand hier und hat mir berichtet von einem Fall, der nicht so schön ist. Für die Person, die es betrifft und auch sehr asozial für die, die es gemacht haben. Ich kenne jetzt halt auch nur eine Seite, aber mir wurde es halt so geschildert. Jemand ging zu einer Werkstatt, dort wurden Dinge in Rechnung gestellt, die dann kurze Zeit später wieder kaputt waren und auf Nachfrage, ob diese Teile erneuert wurden, hieß es dann, nein, aber auf der Rechnung sind sie drauf. Und wir reden hier von Teilen, die, das eine Teil hat gekostet 1400 Euro, die wurden anscheinend nicht verbaut. Ist aber leider auch schon sehr lange her, also circa zwei Jahre und es ist der gleiche Fehler wohl wieder da. Das ist jetzt die eine Seite, die ich halt nur kenne. Lasse ich jetzt mal so stehen, ich weiß ja nicht, was kommuniziert wurde davor. Fakt ist, diese Person war sehr hartnäckig und hat mich gesucht, hat mich gefunden und ich werde mich der Sache annehmen. Das heißt, das Fahrzeug wird nächste Woche am Montag angeliefert. Müsste ein Golf 6 sein und das wird spannend. Mehr teaser ich jetzt auch noch nicht. Ich sehe jetzt gerade, dass hier oben bei mir im Bildschirm der Akku leuchtet, heißt der Akku ist gleich leer. Genau, also nächste Woche geht es ein bisschen an Getriebe. Den Dreier machen wir fertig, den blauen, die E-Klasse rupfen wir auseinander, das ist was Größeres. Und dann kommt noch das ganz normale Tagesgeschäft. Super, das war's. Ich wollte euch einfach mal wieder ein kleines Update da lassen. Und vergesst bitte nicht, dass die letzte Woche BMW E36 Verlosung läuft aktuell. Also am 18. ist die Verlosung vorbei, dann geht das Shirt offline. Und nächste Woche mache ich auch noch ein Video, wo wir mal ein bisschen noch auf die Tour gehen mit dem Fahrzeug. Und dann zeige ich euch das nochmal ein bisschen in freier Wildbahn und auch beim Fahren. Und macht Gebrauch davon. Checkt das letzte, vorletzte Video. Da hat sich der Akku schon verabschiedet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel drauf ist. Fakt ist, was ich sagen wollte, nutzt die Zeit aktuell noch beim Gewinnspiel mitzumachen. Und mit etwas Glück gewinnt ihr den BMW E36. Der muss nämlich auch langsam weg, denn ich brauche jetzt wirklich Platz wieder hier. Ich möchte ein paar Dinge loswerden. Ein paar Autos sollen rausgehen, beziehungsweise Projekte einfach fertiggestellt werden oder angefangen werden. Das ist wichtig, und das könnt ihr in alle Lebensbereiche übertragen, dass ihr, wenn ihr Ziele habt, etwas erreichen wollt oder einfach an etwas arbeitet, dass ihr es nicht in die Ecke stellt und sagt, ich mache bald oder ich fange bald an. Nein, fang immer gleich an und dann mach immer stückweise. Wichtig ist, dass es immer in Bewegung bleibt. Sobald etwas in Bewegung ist, dann rollt es, dann tut es was, dann geht etwas voran. Und das schätzt niemals das kleine, stetige Arbeiten an Projekten. Und bevor ihr euch versehen könnt, werdet ihr feststellen, dass das Projekt plötzlich fertiggestellt ist. Warum? Weil ihr jeden Tag ein bisschen gemacht habt. Und das will ich jetzt auch umsetzen. Wenn ich es hier schon predige, dann predige ich es auch an mich selber. Und deshalb bin ich froh, wenn der E36 hier auch mal weg ist wegen dem Platz. Und wenn es jemandem Freude bereitet, dann ist es doch auch cool. Ich bedanke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Da wird dann auch mal wieder kräftig geschraubt. Und ja, es sind noch ein paar richtig geile Dinger geplant. Auch dieses Jahr noch, das letzte Quartal. Das ist eigentlich verrückt, ne? Schon bald wieder Weihnachten. Wir sind schon wieder im Oktober. Ja, ist krank. Also das Jahr ging wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Weil halt auch gefühlt ein paar Monate durch Corona geklaut wurden, würde ich sagen. Könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr so die Zeit aktuell empfindet. Was so bei euch abgeht. Würde mich interessieren, wie es der Community geht. Ich meine, ihr schaut mir immer zu. Ich sehe halt, dass viele Leute schauen. Aber wer steckt hinter den Klicks? Grüßt euch auf jeden Fall. Wenn es die Zeit mal erlaubt, wenn es Corona mal erlaubt, dann bin ich sehr daran interessiert, dass man auch mal ein Community-Treffen macht. Dass man zusammen eine Ausfahrt macht oder irgendwie sowas. Dass ich auch mal wirklich die Gesichter hinter den Klicks kennenlerne. Das wäre richtig cool. Ja, das wäre richtig cool. Alright, ich bin müde. Will jetzt auch langsam nach Hause. Muss noch ein bisschen Büroarbeit machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Sonntag. Denn da geht das Video online. Eine gute Zeit. Haut rein und ciao. Ich habe mich da. Hey, habe ich schon doch in einer Roller gekauft. Ich kriege noch Roller. Aber brumm brumm. Haha. Bis zum nächsten Mal.